Es gibt niemanden, der zu Recht angebetet wird, außer dir. Du bist frei von jedem Makel und Fehler. Gewiss, ich gehörte zu den Ungerechten. Das ist die gewaltige Dua, welche Yunus a.s. an Allah s.w.t. gerichtet hat, als er sich in einer schier aussichtslosen Lage befand. Viele von uns kennen die Geschichte von Yunus a.s. Wie alle Propheten trug er die Botschaft Allah s.w.t. an sein Volk. Und wie bei allen Propheten war auch seine Dua mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Denn sein Volk lehnte ihn ab und wollte ihm nicht folgen, sodass er sich sogar dazu entschloss, sie zu verlassen. Auf seiner Reise begab er sich auf ein Schiff, welches drohte unterzugehen, weil es zu schwer wurde. Perlos wurde entschieden, dass Yunus a.s. ins Meer geschmissen wird. Um den Rest der Besatzung zu retten. Und als ob das nicht schon schlimm genug war, wurde er a.s. im Meer von einem Wal verschlungen. In dieser Situation befand sich Yunus a.s. Als er diese gewaltige Dua sprach. Eine Dua, über die der Prophet s.a.w.t. sagte, Kein Muslim rezitiert diese Dua bezüglich irgendeiner Angelegenheit, außer, dass Allah ihn erhört. Warum diese Dua so gewaltig ist und auch eine besondere Dua bei Allah s.w.t. ist, welche nicht abgelehnt wird, hat unter anderem mit dem Umstand zu tun, in welchem sie gesprochen wurde. Von den eigenen Leuten abgelehnt, über Bord eines Schiffes ins Meer geworfen und von einem Wal verschlungen. Könnt ihr euch eine Situation vorstellen, welche aussichtsloser und niederschmetternder ist als diese? Aber wie ist er trotzdessen mit dieser Situation umgegangen? Hat er die Schuld bei jemand anderem gesucht? Hat er seinem Volk die Schuld gegeben? Nein. Hat er der Schiffsbesatzung die Schuld gegeben? Nein. Oder hat er sich bei Allah beklagt? Wallahi, nein. Aber was hat er gemacht? Er hat aufrichtige Dua zu Allah s.w.t. gemacht. Er sprach dieses Bittgebet, in dem er Allah s.w.t. von jedem Makel freispricht und niemanden zur Rechenschaft zieht, außer sich selbst, mit den Worten Ich gehörte zu den Ungerechten. Er hat also den Fehler und den Grund für seine aussichtslose Situation bei sich selbst gesucht. Aber wie hätten wir in dieser Situation reagiert? Wir hätten vermutlich alles und jeden dafür verantwortlich gemacht, außer uns selbst. Es wäre uns nicht mal in den Sinn gekommen, die Schuld auf uns zu nehmen und selbstkritisch zu sein. Wie oft haben wir solche Situationen in unserem Alltag? Es kann schon ein Termin sein, zu dem man zu spät kommt. Man gibt dem Verkehr, dem Busfahrer oder sogar seinen Freunden die Schuld. Aber die Hauptsache ist, man sucht den Fehler nicht bei sich selbst. Die schlechte Note in der Schule oder sogar seine unislamischen Handlungen schiebt man auf die Freunde und sein Umfeld, obwohl man dieses Umfeld doch selbst gewählt hat. Auch in der Da'wah kann es vorkommen, dass diejenigen, welche man den Islam näher bringen möchte, gar kein Interesse oder auch keine Veränderung in ihren Verhalten zeigen, da sie immer noch hinter der Dunja herlaufen und sich nicht ihrem Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala, unterordnen können. Auch in diesen Situationen suchen wir nach Schuldigen und geben oft den Gegenüber die Schuld. Zu sich selbst sagt man dann, ich habe doch das Beste getan. Aber fragt man sich nicht, ob man vielleicht selbst das Problem ist? Vielleicht ist die Art und Weise, wie ich die Da'wah trage, nicht korrekt. Oder vielleicht begeht man selbst Handlungen, aufgrund dessen Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg zurückhält. Und die natürliche Frage, die man sich jetzt stellen muss, wie kommt es, dass wir bei Fehlern, Kritik oder Prüfungen, die uns treffen, oftmals anderen die Schuld geben? Oder man sich beklagt, anstatt sich selbst zu fragen, was habe eventuell ich selber falsch gemacht? Woher stammt dieses Denken, alles von sich abweisen zu müssen? Wenn wir uns die Realität dieser Gesellschaft anschauen und das System, in dem wir leben, können wir erkennen, dass das Gesetz des Stärkeren herrscht. Wenn du einmal Schwäche zeigst, wirst du abserviert und gefressen. Man redet nicht umsonst von der Ellbogengesellschaft. Durch das System wird dir vermittelt, dass es schlecht ist, selbstkritisch zu sein oder Fehler einzugestehen. Jemand, der Fehler zugibt oder sie auf sich nimmt, ist zu gutherzig für diese Welt, heißt es oftmals. Selbst in der Arbeitswelt oder in der Schule kann man es sehen. Jeder will der Beste sein und es wird über Leichen gegangen. Um bei dem Chef gut dazustehen, schreckt man nicht einmal davor zurück, seine eigenen Fehler auf andere zu schieben. Diese katastrophale Idee beeinflusst alle Aspekte des Lebens. Angefangen in der Schule, im Sportverein, im Freundeskreis und selbst in der Familie wird bei jedem Problem die Schuld von sich gewiesen und mit den Fingern auf jemand anderen gezeigt. Man kann klar erkennen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Wir müssen uns nur vor Augen führen, dass wir als Teil dieser Gesellschaft natürlich auch von dieser Idee beeinflusst sind. Oft setzen wir uns Ziele im Islam und haben Wünsche, aber erreichen diese nicht sofort. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns keinen Erfolg in der Sache, aber anstatt uns selbst zu hinterfragen, was wir falsch machen könnten oder ob eine Hekma dahinter steckt, suchen wir die Fehler bei anderen oder geben den Umständen die Schuld. Viele Brüder suchen eine rechtschaffende Schwester zum Hierarchen, aber Allah subhanahu wa ta'ala gewährt es ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht. Wir wissen nicht einmal warum. Manche sehen gut aus, fahren ein gutes Auto und haben Geld, aber trotz all dieser Voraussetzungen gibt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen keinen Erfolg. Anstatt die Ursache bei anderen zu suchen, sollte man sich doch lieber fragen, ob es möglicherweise diese eine bestimmte Sünde ist, die man begeht, weswegen der Erfolg ausbleibt. Du hast vielleicht heimlich Kontakt zu Frauen oder nimmst dein Gebet nicht ernst oder du verschwendest deine Zeit sinnlos mit Dingen, die dich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen, selbst wenn sie nicht haram sind. Jede einzelne Sache könnte ein Grund sein, muss aber nicht. Jedoch ist es diese Perspektive, die wir als Muslime einnehmen sollten. Egal welche Prüfungen oder Umstände uns treffen, der erste, den wir zur Rechenschaft ziehen sollten, sind wir selbst. Denn daraus resultiert, dass wir aktiv werden und auf den geraden Weg zurückkehren. Der Islam gibt uns eine eigene Perspektive in dem Umgang mit Fehlern. Wir wissen doch, dass sogar einer der Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, ist, dass wir sündigen und nicht wie die Engel fehlerfrei sind. Aber warum? Denn so können wir reumütig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte sinngemäß, wenn ihr nicht sündigen würdet, würde Allah euch auslöschen und ein Volk erschaffen, welches reumütig ist. Du kannst aber nur dann reumütig sein, wenn du selbstkritisch bist. Wie oft beklagen wir uns über den Zustand der Ummah. Der und der ist schuld. Die Muslime sind schuld. Diese Gruppe ist schuld. Natürlich sollen wir das Unrecht und die falschen Handlungsweisen anprangern. Aber genau so sollten wir selbstkritisch sein und uns fragen, was mache ich dafür, dass es den Muslimen besser geht? Was ist meine Aufgabe als Teil dieser Ummah? Was kann ich dazu beitragen, dass die Gesetze Allahs wieder angewendet werden? Die Schuld bei anderen suchen und gar nichts machen, können viele. Aber es selbst in die Hand nehmen, um den Zustand zu ändern, das können nur wenige. Und genau aus diesem Grund ist es die Dua von Yunus a.s. welche in einer schweren Situation von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, da man sich selbst zur Rechenschaft zieht und die Hilfe nur bei Allah subhanahu wa ta'ala alleine sucht. La ilaha illa and subhanaka inni kuntu minal zalimi.